Oh man, die Framework mag uns gerade nicht. Ich klinge irgendwie auch voll gelangweilt gerade, glaube ich. Wie gesagt, habe schon zwei Stunden, glaube ich, aufgenommen GTA. Und ja, ist doch ein bisschen anstrengend, dann wirklich die ganze Zeit durchzuquatschen, dabei noch zu spielen, sich zu konzentrieren. Und dann noch versuchen, irgendwelche spannenden Themen zu haben, sodass sich niemand langweilt. Und ich glaube, es ist wieder Tag, sodass wir rausgehen können. Oder auch nicht. Nehmen wir einfach nochmal den Gang hier. Und bevor wir es vergessen, brauchen wir nochmal elf Eisen da rein. Ziehen wir nochmal den Gang hier noch in die Länge. Man merkt auf jeden Fall, man kriegt schon ein bisschen mehr Eisen raus, das gefällt mir auf jeden Fall. Und ja, ich denke mal, euch gefällt das auch. Wenn wir Eisen haben, schafft es doch mal. Oder wollt ihr mich einfach sterben sehen? Wenn es da hin muss, springe ich in Lava, also, wenn ihr wollt. Dann ist das LP aber auch unnötig, um ehrlich zu sein. So. Es ist, wie gesagt, nicht sonderlich spannend, wenn man nicht wirklich viel bindet. Und da ist die Spitzhacke wieder hinüber. Ich still echt viele Facke in den Augen, muss ich sagen. Dann gucke ich eigentlich immer in die Truhe rein. So, machen wir uns nochmal eine Eisenspitzhacke. Und. Ne, das war's eigentlich nicht. So, das Eisen in die Truhe. Jetzt geht das doch alles ein bisschen schneller noch mit der Eisenspitzhacke. So, nehmen wir uns nochmal die Kohle hier mit. Ja, machen wir das jetzt. Wie gesagt. Ich habe leider nicht viel zu erzählen. Also, könnte ein bisschen langweilig werden, die Aufnahme. Ich hoffe, ihr guckt sie euch trotzdem an. Und ja. Würde mich abnehmen. So. Weiter geht's mit der Schaukel. Dann sollte er auch die Schaukel benutzen, wenn man sie hat. So. Wir haben noch ca. drei Minuten Zeit. Was wollen wir tun? Ich gehe jetzt einfach, glaube ich, da oben. So. Ich glaube, wir können uns auch schon mal einen Eisenhelm machen. Und ein Eisenspitz. So. 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 Aufsetzen. So. 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 Leider die Aufnahme nicht ganz so spannend, wie ihr euch es vielleicht erhofft habt. Aber wir haben wenigstens ein paar Rohstoffe bekommen. Ein bisschen Cubblestone. Das Haus ist immer noch klein. Haben wir eigentlich Sand geholt? Ich glaube nicht. Äh. Hallo, Prime Raid. Ich würde sagen, dann sammeln wir noch ein bisschen Sand und ich würde sagen, wir verhungern auch noch. Aber ich sehe, unser Brot ist fast fertig oder fertig. Ich hoffe, wir können uns schon mal ein Brot machen. Das wäre doch ganz famos. Craftingbox. Ja. Es reicht für ein ganzes Brot. Ein ganzes Brot. Mehr haben wir nicht. Aber, naja. Hauptsache, was zu essen. Und wir haben ehrlich nichts zu essen. Das ist... Da haben wir es unten in der Mine gelassen. Ich hoffe doch nicht. Ähm. Ich hoffe doch nicht. Naja, wir sammeln jetzt erstmal noch ein bisschen Sand. Können wir uns ein paar Fenster zimmern. So, dass wir eine geschützte Aussicht haben. Aber ich glaube, das reicht auch schon erstmal. Wir brauchen ja später sowieso noch Glas. Auf jeden Fall sehr viel. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Wir brauchen viel Sand. Ähm. So. Jetzt haben wir das Holz hier daraus. So. Und ich würde sagen, ich haue das jetzt noch in den Ofen rein. Wenn. Wenn ich Kohle hätte. Ja. So. So. Und mit diesen Worten dann. Äh. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe es hat euch gefallen. Auch wenn es ein bisschen langweilig war. Ja. Schaltet wieder ein. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.